Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Was soll dies kochen? Deine Ruhe ist unterbrochen, sprich, was ist mit dir geschehen? So hab ich dich nie gesehen, so hab ich dich nie gesehen, so hab ich dich nie gesehen. Hat dich nicht die Götterblume mit dem Hauch der Liebentglüt? Sie, die in dem Heiligtume reiner Unschuld aufgeblüht, reiner Unschuld aufgeblüht. Ja, die schöne Himmelsblüte mit dem Zauberblick voll Güte hält mit einem Band mich fest, Dass sich nichts zerreißen lässt, dass sich nichts zerreißen lässt, dass sich nichts zerreißen lässt. Oft will ich die Teure fliehen, Tränen zittert dann im Blick Und der Liebe geistert ziehen auf der Stelle mich zurück, auf der Stelle mich zurück. Denn ihr pocht mit heißen Schlägen ewig dieses Herz entgegen, Aber ach, sie fühlt es nicht, dass mein Herz im Auge spricht, Was mein Herz im Auge spricht, was mein Herz im Auge spricht.